Seit ihrer Kindheit hat Lena magische Geschichten über einen verzauberten Wald gehört. Lena wollte diesen Wald schon immer erkunden, und endlich war der Tag gekommen, an dem ihr Traum wahr werden sollte. Außerdem würde sie nicht allein gehen. Ihr jüngerer Bruder Lukas war begeistert, sie zu begleiten. Komm schon Lena! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, sagte Lukas, ungeduldig. Sie wollten, vor Einbruch der Nacht zurück sein, um nicht im Dunkeln zu verloren gehen. Lena stimmte zu, und sie gingen beide in den Wald. Die Sonne schien hell, aber je weiter sie gingen, desto größer und höher wurden die Bäume um sie herum. Leider verdeckten die Bäume das Licht, was eine geheimnisvolle Stimmung erzeugte. Plötzlich hörten sie ein seltsames und unangenehmes Geräusch. Was war das? fragte Lukas mit weit aufgerissenen Augen. Das ist wahrscheinlich nur der Wind, antwortete Lena und versuchte, mutig zu klingen. Sie gingen weiter, doch das Geräusch hielt an und wurde immer lauter. Glücklicherweise erreichten sie eine hellere Stelle im Wald und fanden einen kleinen verlassenen Campingplatz. Es sah so aus, als wäre vor kurzem jemand dort gewesen, doch sie fanden keine weiteren Spuren. Ich sehe mir die Zelte an, sagte Lukas entschlossen. Während Lukas untersuchte, schaute Lena sich um. Sie bemerkte, dass einige Pflanzen beschädigt waren, und etwas Großes dort vorbeigekommen sein musste. Vorsicht Lukas, warnte Lena. Es könnte ein wildes Tier in der Nähe sein. Im nächsten Moment wurde ihre Annahme bestätigt. Plötzlich erschien ein riesiger Bär zwischen den Bäumen und begann zu brummen, seine Präsenz erschreckend. Lena und Lukas traten schnell zurück und bemühten sich, den Bären nicht zu reizen. Los geht's, schrie Lena, und sie beide rannten so schnell sie konnten. Lenas Herz klopfte schnell, als sie um ihr Leben rannten. Nach ein paar Minuten fanden sie einen kleinen Platz zwischen einigen Felsen und versteckten sich. Das war knapp, sagte Lukas mit zitternder Stimme. Nach einer Weile entfernte sich der Bär und die Geschwister beschlossen, ihren Weg nach Hause fortzusetzen. Das Abenteuer war gefährlicher gewesen, als sie erwartet hatten, aber es hatte sie auch gelehrt, mutig zu sein und im Team zu arbeiten. Sie kamen gerade bei Einbruch der Dunkelheit zu Hause an, müde, aber endlich sicher. Ihre Mutter erwartete sie mit besorgtem Blick. Geht es euch gut? Was ist passiert? Fragte sie und umarmte sie. Wir sind einem Bären begegnet, aber es geht uns gut, erklärte Lena. Es war ein erstaunliches Abenteuer, aber wir versprechen, dass wir ab jetzt nur noch weniger gefährliche Orte erkunden werden. Lukas nickte und erinnerte sich noch immer daran, wie beängstigend ihre Begegnung gewesen war. Ja, das ist eine gute Idee, stimmte Lukas zu. Beim Abendessen erzählten Lena und Lukas ihren Eltern mehr über ihre Erlebnisse. Als sie fertig waren, warf Lukas einen Blick auf Lucia und grinste. Weißt du, trotz allem was passiert ist, bin ich froh, dass wir da rausgegangen sind, sagte er mutig. Lena nickte zustimmend. Ja, ich auch. Es fühlte sich an wie eine dieser magischen Geschichten, die Oma uns immer erzählt hat. Später, als sie ins Bett gingen, schauten sie aus dem Fenster und bewunderten die funkelnden Sterne am Nachthimmel. Bevor sie einschliefen, dachten sie über die wertvollen Lektionen nach, die sie über die Natur gelernt hatten, und darüber, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein. Sie fühlten eine Mischung aus Vorfreude auf zukünftige Abenteuer und einem neuen Gefühl von Weisheit und Mut. Trotz der Gefahren, denen sie begegnet waren, wurde ihre Waldreise zu einer unvergesslichen Geschichte, die sie immer in Erinnerung behalten würden. Die Kindheit Die Kindheit Magisch Magisch Verzaubert 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 Gehören 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 Schon immer Schon immer Erkunden 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 Wahrwerden 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 Begeistert Begeistert Begleiten 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 Komm schon Komm schon Komm schon Zurück 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 Im Dunkeln Um Im Dunkeln Um Ungeduldig 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 Vor Vor Der Einbruch der Nacht Der Einbruch der Nacht Zustimmen Zustimmen Scheinen 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 Leider Leider Verdecken Verdecken Geheimnisvoll 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 Die Stimmung Die Stimmung Unangenehm 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 Erzeugen 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 Plötzlich Plötzlich Das Geräusch Das Geräusch Das Geräusch Das Geräusch Weit aufgerissen Weit aufgerissen Weit aufgerissen Wahrscheinlich 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 Mutig Mutig Das Zelt Das Zelt Die Spur Die Spur Grinsen Grinsen Untersuchen Untersuchen Bemerken Bemerken Beschädigt Beschädigt Entschlossen Entschlossen Umarmen 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 Trotz allem Trotz allem Zustimmend Zustimmend Behalten 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 Die Erinnerung Die Erinnerung Unvergesslich Unvergesslich Die Gefahr Die Gefahr Trotz 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 Vor kurzem Vor kurzem Begegnen 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 Vorbeikommen Vorbeikommen Die Vorsicht Die Vorsicht In der Nähe In der Nähe Die Annahme Die Annahme Die Mischung Die Mischung Ab jetzt Ab jetzt Die Vorfreude Die Vorfreude Begegnen Sich Erinnern Sich Erinnern Sich Erinnern Bestätigen 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 Nicken 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 Zwischen Zwischen Brummen Brummen Erschreckend Erschreckend Verlassen 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 Gefährlich Gefährlich Glücklicherweise 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 Immer mehr Immer mehr Zittern Zittern Die Stimme Die Stimme Der Fels Der Fels Sich Entfernen Sich Entfernen Beschlossen 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 Fortsetzen 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 Zurücktreten Zurücktreten Sich Bemühen Sich Bemühen Sich Bemühen Die Stelle Die Stelle Klopfen Klopfen Einbruch 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 der Dunkelheit Einbruch der Dunkelheit Einbruch der Dunkelheit Besorgt 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 Der Blick Der Blick Beängstigend 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 Die Begegnung Die Begegnung Das Erlebnis Das Erlebnis Ins Bett gehen Ins Bett gehen Bewundern Bewundern Funkend Funkend Wertvoll Wertvoll Sicher Sicher And now we've reached the end of the video and thank you guys so much for watching. Also, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and share this video with your friends. Bye! 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 Bye!